Einsatz am Frankfurter Flughafen. Jeroen Wolder auf dem Weg zur Arbeit. Es ist kurz vor neun. In einem Dienstzimmer der Fraport sieht der Check-in-Agent, an welchem Schalter er eingeteilt wird. Es folgt die Gruppenbesprechung. Die Mitarbeiter gehören zum Bodenverkehrsdienst der Fraport. Alle sind gleich für die Abfertigung der Passagiere einer Singapur Airlines-Maschine zuständig, die vom New Yorker Flughafen JFK kommt, in Frankfurt einen Zwischenstopp einlegt und nach Singapur weiterfliegen wird. Der Check-in-Agent bereitet sich vor und meldet sich mit seinen Daten am Arbeitsplatz an. Hier steht, wie viele freie Plätze es noch in verschiedenen Klassen gibt. Und bei Bucht kann ich genau sehen, wie viele Personen in Transit sind, sprich die in JFK eingestiegen sind und die weiterfliegen nach Singapur. Und wie viele in Frankfurt dazusteigen. 22 Fluggesellschaften buchen bei der Fraport den Check-in-Service direkt mit. So müssen die Airlines selbst kein Personal am Standort Frankfurt bereitstellen. Die ersten Passagiere kommen. Darf ich bitte einen Reispass haben? So, wie viel Kepäck möchtest du mitnehmen? Die junge Frau hat eine Reisetasche Marke Eigenbau. Das macht Probleme, denn auf tütenartigem Material sitzen die Kleber mehr schlecht als recht. Am besten gehen Sie hier rüber. Die erste Möglichkeit nach links abbiegen und die immer geradeaus gehen. Okay, alles klar. Für die Reise. Tschüss. So geht es jetzt am laufenden Band. Freundlichkeit ist oberstes Gebot. Wenn Sie nochmal Ihren Namen kontrollieren können. Dann haben Sie jetzt die Verantwortung für alle. B46 ist unsere Gehzeit, bitte um 11.30 Uhr dort. Und dann wünschen Sie eine sehr schöne Zeit. Vielen Dank. Haben wir einen schönen Platz? Natürlich. Die schönste. Das war mir klar. Seit vier Jahren ist der gebürtige Niederländer am Flughafen. Aber einen Tag wird er nie vergessen. Ein Einzelreisender kommt mit 15 Koffern. Ein Übergepäck von 210 Kilo. Wenn ich dann die Übergepäckmenge sehe und den Preis, die daran hängt, dann muss ich auch kurz schlucken. Und es gibt Personen ohne Zögern, ziehen Kreditkarte und bezahlen dann vorne bei der Airline. Macht 12.600 Euro zusätzlich für den Mann aus den Emiraten. Jeroen Wolder war beruflich immer schon im Tourismus tätig. Zuletzt in einem Hotel. Bei einem Vorfall war Schluss. Eine Gruppe betrunkenen Engländer mich auseinandersetzen musste, die nachts randaliert haben. Und ich, alleinige Hotelmanager, der Gegenüberstand. Und irgendwo die Leute zur Vernunft bringen musste. Und da habe ich gesagt, nicht. Das möchte ich nicht mehr. Das würde ich meiner Familie auch nicht mehr antun. Die möchte auch was von mir haben, wenn ich ein bisschen älter bin. Für heute ist der erste Teil der Arbeit geschafft. Der 55-jährige Familienvater geht jetzt quer durchs Terminal zu Gate B46. Die Besonderheit bei dem Flug New York, Frankfurt, Singapur. Einige Passagiere bleiben im Transitbereich, einige fliegen mit einem anderen Flugzeug weiter oder Reisende bleiben in Frankfurt. Nicht zu vergessen, die neu eingecheckten Passagiere kommen dazu. Die Kinderwagen stehen auch schon parat, um es den Familien etwas einfacher zu machen. Wir checken, ob die jetzt weiter gehen, zurück auf den Flug müssen oder ob das Aussteige sind. Das Flugzeug, eine A380, steht in derzeit rund 90 Minuten am Boden. Neue Fracht und neue Verpflegung muss her. Die Fäkaltanks werden geleert und rund 200.000 Liter Kerosin werden aus unterirdischen Tanks ins Flugzeug gepumpt. Während der Kapitän noch einen Sichtcheck macht, ruft Jeroen Wolder den Flug auf. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Singapur Airlines, Star Alliance und unsere Kotscha-Partner heißen Sie. Herzlich willkommen zu Fluggastku 25 nach Singapur. Bevor es an Bord geht, werden die Bordkarten und Reisepässe gecheckt. Ohne gültige Dokumente keine Mitnahme. Bei einem Fluggast fehlt das, da die Familienangehörigen die Ausweise haben, den Aufruf nicht hören und noch shoppen sind. Die ganze Gruppe, acht Personen, hatten zwölf Gepäckstücke verteilt über mehrere Container. Eventuell hätte sie die Pässe nicht gefunden, hätten wir alle Container ausladen müssen, um den richtigen Koffer auszuladen, da kein Koffer reisen darf, wenn der Passagier nicht mitfliegt. Aber sie kommen rechtzeitig. 452 Passagiere gehen an Bord. Ein Arbeitsplatz mit vielen Menschen aus vielen Nationen. Darunter gibt es natürlich auch Miesepeter. Dagegen gibt es eine Formel. Halt den Leuten einen Spiegel vor. Wenn ich selber so ein Gesicht ziehe, wird es zurückkommen. Wenn ich selber Spaß dran habe an meiner Arbeit und mit Lächern, die meisten ändern sich und werden auch was freundlicher. Ich muss nicht schlechter Launen von jemandem mitnehmen und es für mich behalten. Das ist, denke ich, im ganzen Leben so. Das Boarding ist beendet, die Maschine dockt ab. Das momentan größte Passagierflugzeug der Welt ist zum Abflug bereit. Zwölf Stunden und 20 Minuten bis nach Singapur. Aber nächste Woche geht es auch für Jeroen Wolder und seine Familie in den Urlaub. Ziel Rom. Buron Viaggio. Gute Reise.